Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Spaß zum Sonntag. Diesmal mit den Perks. Sprintboost, Ablenkung, verzweifelte Maßnahmen und städtische Umgehung. Hm. Hier muss man sich erstmal... Ah, da unten. Ah, da unten. Ah, da unten. Okay. So. 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 Einen Generator haben wir schon mal. Wo könnte er sein? Wo? Wo? Hi, wo ist er hin? Oh, ein Fluchttür wurde kaputt gemacht Der andere wird jetzt gejagt Ich spreche dich So, jetzt hat er den anderen wieder gefunden, oder was? So, ich komme mal dir zu Hilfe. So, ich mache mal den Generator hier. So, der andere wird gejagt. Ah, da hinten. Ja, herr, komm her und hilf mir hierbei. Okay. 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 So können wir auch raus. Und ab ins Killer Match. So. Das Spiel. Mit dem Gespenst und dem Perks. Verstörend. Fluch. Verteufel der Boden. Nemesis. Und Räuber. Ja. Ich glaube über mir sind welche. Okay. Okay. Ich kriege dich. Und ich habe dich. Und da ist ein schöner Haken für dich. Bleibst du hier? Ja. 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 Geht doch. Die Aufgabe will ich euch auf jeden Fall schaffen. So. Das beschädigen. Ja. 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 so jetzt bist du die besessenheit überraschung oh hi ja 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 Ja, 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 ja. Das war daneben. Meinst du, ich hab die nicht gesehen? Ja, 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 ja. 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 Ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Wann wollte ich jetzt eigentlich nicht zerstören? Ne, das ist die Verletzte Wo ist die andere hin? Wo ist die andere hin? Na, wo seid ihr denn? Aha, da bist du Oh hi Mit dir habe ich jetzt nicht gerechnet Überraschung! Bleib einfach stehen Frage, wo ist sie jetzt hin? Oh hi Oh hi Ah Oh hi Ich suche mit dir mal, ich gehe mit dir suchen. Ja, mal ein bisschen Barmherzigkeit zeigen. Das mache ich mal spannend. Ich hätte mal gerade Lust, dort zu dem mal rauszulassen. Und ich würde sagen, das war eine weitere Folge von Spaß zum Sonntag.